Ah! Pssst! Oh, jetzt ist nicht schlimm. Ist alles beim Halten. Das ist die Geschichte einer Freundschaft. Sie beginnt mit Geld. Oder eigentlich beginnt sie mit Geld, das wir nicht hatten. Mein Freund Frankie war verschuldet bei dem Silberrücken Al-Qaitha. Das war nicht komisch. Willst du sterben? Nö! Ich musste für diesen Silberrücken auch noch arbeiten. Das ist keine schöne Arbeit. Aber nenn mir einen, der keine Probleme hat. Wenn du weitermachst und an das Glück glaubst, dann passiert etwas völlig Unerwartetes und die Sache dreht sich wieder. Und dass einige dieser Stadt-Gorillas in 48 Stunden nicht mehr im Leben sein würden, war so nicht geplant. Was hast du gesagt? Nichts. Wir machen unser eigenes Geld. Das sieht perfekt aus. Jeder braucht Geld. Verkauf das letzte Hemd für die Karten vom Konzept. Das ist eine verfickte Kriegserklärung. Ich rede nicht so mit mir, der kleine Konti. Was hört doch alles mit? Musst du, Chef, hier alles wissen? Hier gibt's keine Geheimnisse. Ihr habt doch Frauen, oder? Ihr wisst doch, was passiert. Nee? Oh? Und auf einmal hörst du... Die Tasche ist weg! Was hast du gemacht? Ist das Geld hier? Wäre es eine gute Idee, das Geld hier zu lassen? Nein! Das Geld ist woanders. Wo denn? Woanders! Alle wollen den Abriss gesiedert und geteert. Wir haben euch vermisst. Es ist viel zu lange her. Nimm deine dreckige Schlampe und verpiss dich! Nenn sie nicht Schlampe. Wenn du jetzt gehst, dann brauchst du nie wiederkommen. Man darf nicht in die Knie gehen. Das ist Berufsrisiko. Manchmal muss man genau das machen, bevor man am meisten Angst hat. Ist er jetzt schon tot, oder was? Ja, jetzt ist er tot. Jetzt kannst du ein Lied machen, du Gangster. Yeah!